Leute, neue Infos über die Verpackungsmaschine habe ich heute für euch wieder am Start. Wir hatten ja im letzten Part, oder im vorletzten Part, Fragen und Antworten zu der Verpackungsmaschine. Deswegen checkt ihr auf jeden Fall mal ab, oben verlinkt. Und heute gibt es nochmal weitere Infos und neue Informationen. Ich habe auch diesmal die ersten Bilder für euch, die ich euch zeigen darf. Wie das nämlich aussehen wird und und und. Deswegen fangen wir auch mal direkt an. Und Adventskalender von Greg kommt morgen um 13 Uhr. Also morgen erfahrt ihr alle Infos zum Gregs Kalender. Was ist im 24. Kläppchen, im 6. und und und. Und deswegen morgen auf jeden Fall auch wieder einschalten. Einfach nur episch. Genau, wir fangen an. Also das hier ist die Verpackungsmaschine, wie man sie sehen kann. Ganz normale Maschine. Die kommt mit Alfred an, ab Level 17 freizuschalten. Dann kann man die einfach irgendwo hinstellen und kann dann die vier Geschenke machen. Und ich habe auch mal ein bisschen hier Supercell nachgefragt. Also wenn man das beschleunigen möchte, weil wir wollen ja ganz viele Schiffe abschicken. Denn jedes Schiff ist ein Geschenkeschiff. Und es ist nicht wie im Frage-Antwort-Video gesagt, dass man pro Boot Holly bekommt. Sondern wirklich pro Kiste. Falsche Information von Supercell. Aber es ist für pro Kiste kriegt man Holly. Das ist jetzt Fakt. Und das sehen wir auch gleich noch hier an den Bildern. Also um das grüne Geschenk zu beschleunigen, kostet es drei Diamanten. Um das Schneeflockengeschenk zu beschleunigen, kostet es auch drei Diamanten. Für das gepackte Geschenk, also das lila, vier Diamanten. Und das lange Geschenk, also das unterste, fünf Diamanten. Und wir werden gleich die Schiffe sehen. Das heißt, es würde schon so 20 Diamanten pro Schiff kosten, um eins zu füllen. Aber dazu gleich mehr. Genau, und um die Produktionsplätze zu erweitern, also die Produktionsplätze, wo die Geschenke reinkommen. Also hier, genau da wo empty steht. Um das zu erweitern, das kostet, ähm, Moment. Genau, das kostet nämlich für den ersten Platz 20 Diamanten. Und dann kostet es immer 12 Diamanten mehr. Ja, also 20, 32, 44, 56, 68, 80 und 92. Und dann hat man alle Plätze. Äh, ich glaube das sind, waren das jetzt schon alle? Weiß nicht. Auf jeden Fall geht das immer um 12 höher. Genau, also es ist schon sehr teuer, aber es wird sich ja lohnen, ne? Genau, wir gehen zum nächsten Bild, denn ich habe noch ein paar für euch. Und zwar das, so sieht das Schiff aus. Ich kann mal kurz meinen Kopf zur Seite machen. Also so sieht das aus. Also man sieht, man bekommt für jede Kiste Holli. Also bei dem lila nennt es 25 Holli. Und, äh, jedes Schiff ist wie gesagt ein Geschenke-Schiff. Also es ist dann, von den drei Produkten ist immer eins ein Geschenk. Und es sieht auch wirklich so aus, als ob man für jedes Schiff immer nur pro Kiste ein Geschenk braucht. Also beim 9er Schiff 3 Geschenke, beim 12er Schiff 4 Geschenke. Sehen wir jetzt auch nochmal im nächsten Bild. Da habe ich noch ein Beispiel für euch hier. Das lange Geschenk gibt mehr Holli. Also das lila ne gibt 25. Das lange gibt 30. Und, ähm, ich glaube das grüne gibt 20. Also die waren, Moment, das gucke ich auch immer eben nach. Genau. Das an der Schneeflocken-Geschenk gibt 20 Holli. Das grüne gibt 25. Das stackt, also das lila ne gibt 25. Und das lange gibt 30. Also die langen Geschenke, die ab Level 70 sind, geben am meisten Holli. Grüne und das überpackte, ab Level 25 und Level 43 geben 25. Und das ab Level 17 gibt 20 Holli. Also man kann da richtig viel fahren. Also wenn man ein Schiff macht, hätte ich jetzt schon 120. Und jetzt zeige ich euch, was man so kaufen kann mit dem Zeug. Nämlich auch richtig coole Sachen. Okay, hier sieht man erstmal noch hier oben rechts. Es wird unter den Diamanten angezeigt. Bin mir jetzt ein bisschen schlecht auf dem Bild, aber oben rechts. Einfach nur die Holli da angezeigt. Genau, jetzt kommen wir mal zum Shop. So sieht dann der Shop aus. Seht ihr das? Ist das nicht krass? Also für 600 Holli, oder für 200 Holli, das ist zwei Schiffe, quasi, bekommt man ein Klopapier. Oder hier, für zwei Schiffe bekommt man ein Puzzleteil. Und hier nochmal, für zwei Puzzleteil nochmal ein Puzzleteil. Also was ist das? Man bekommt die Eiskunstläuferin. Ist das nicht geil? Also, ja, das ist einfach nur episch, oder? Und ich glaube, es gibt sogar ein Limit, wie viel man kaufen kann. Also man kann nicht unendlich kaufen. Jedes Item ist nur begrenzt im Shop vorhanden. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Ich habe nämlich noch ein paar Bilder. Vielleicht sieht man das dann nämlich auch. Genau, hier sieht man auch die Blueprints. Kükengutscheine gibt es doch auch im, in dem, äh, ich weiß den Namen nicht mehr. Aber in dem neuen Shop. Auch richtig cool. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen teurer. Auf die genauen Preise müssen wir dann nochmal gucken, aber das kriegen wir ja hin. Genau, hier habe ich nochmal einen Shop für euch. Genau, sold out. Also es sind auf jeden Fall begrenzte Dinge nur vorhanden. Deswegen, man kann nicht unendlich Sachen davon kaufen. Ich blück mich nochmal. Auch nochmal 200. Genau. Genau, also echt coole Sachen. Ich glaube, das war jetzt schon das letzte Bild. Ja, das war das letzte Bild. Aber das sind die Bilder, die ich für euch habe. Ist das nicht geil? Das ist die Verpackungsmaschine, Leute. Neue Infos sind immer geil. Und jetzt für euch einfach so auf die Tische. Genau. Schreibt mal gerne eure Meinung, Tische, in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich sehr interessieren. Danke fürs Zusehen. Wollt euch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da ein Abo. Denkt an den Creator-Code. Haut rein. Ciao. Walking saying. Ciao. Vielen Dank.